Hallo Bauarbeiten dahinten. Die werden ja auch nie fertig. Mein Gott, ich habe das Gefühl, die bauen irgend so ein Solarium. Keine Ahnung, was sie bauen. Ein Vier-Sterne-Hotel. Und dann bauen die dann an ihren Scheiß-Karten rum. Ist das wirklich eine Angelegenheit? Das geht mir gar nicht. Da drehe ich mich im Rad. Na ja. Kann man mal machen. Da kommt schon mehr als Freude auf. Allgut Leute, es tut uns leid. Das konnte man nicht rechnen. Das konnte man nicht rechnen. Damit konnte man nicht rechnen. Nee, das war auch so eine Angelegenheit. Und die hat uns natürlich auch nicht gefallen. Dann gibt es halt jetzt den wahren Zauberer. Wie war das? Klar muss das Level neu machen. Ja. Termine, lass da einen Strahl drin. Ja, die... Lässt einfach hier den Strahl wieder los. Da muss man ja... Was sagen? Das kriegen wir jetzt hier in drei Minuten hin, Leute. Mehr als ärgerlich. Nein. Nein. Au. Ich weiß auch nicht, warum hat die Staaten hinter. Sie blenden Fisch. Sie blenden Fisch. Das andere gesagt ist blau. Das du so magst. Das ist was du weißt. Das ist was du weißt. Riffinor. Wie geht's denn hier lang? Ach, guck mal an. Hätte uns das mal einer nicht gesagt, wir haben hier vorbeigelatscht. Das ist ja mal angelesen. Dann befreien wir dich doch. Doch gar kein Problem. Und jetzt lachst du oder was? Krieg ich was geschenkt? Ich hab was geschenkt. Ich hab was geschenkt, dann. Ich hab was... Ey! Ich wollte grad sagen, mit wem redet er wegen der Katze? Hm? Krummbein. so ein eis auf so einer tasche ich verstehe bvp hummel alle fünf vögel hast du gell klingeling jetzt aber hier im sekundentakt mein freund so ohne plan einfach drauf geschossen genau so muss das sein dass die fette katze drin das ist eine deutliche treppe von kerle können hier irgendwie nicht lang kommen kerle sind blöd in der situation trotzdem sind wir wichtig für die welt natürlich ein streitender er damit gibt es die frauen geben die da meine sie müssen hier um klicken ich habe nicht ich habe nichts gegen euch zu haben aber jetzt wisst ihr ja jetzt geht es auch ein bisschen schneller schneller ich habe ich habe merkt das richtig fließt momentan der energie durch uns zerreißt das spiel gefällt mir nicht ja dann nimm mal den von mir aus wir sind schneller wie sonntags wir haben heute montag da ist ein bisschen bequemer mal ein bisschen tempo machen mit ihren tempomat keine neue plan geschießt der andere rennt schenke der blaue fällt runter der blaue fällt runter schenke der stein bringt ihr nix du leuchtet fix wo ist denn der krüppel ich habe den anderen ich habe mich gesehen unsichtbar 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 wir sind so so tschüss los auf wiedersehen ha ha da sind wir nicht nötig gewesen das war ich nicht nötig diese hier nein 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 das war mir was mitnehmen, alle mitnehmen oh es ist so wieder dass wir uns voll verpasst also gleich Okay. Oh! Ich werde die Geist in. immer zusammen so ein raum geht auch du musst einfach dann gedrückt halten ist einfach nur noch oben nicht den zauber gedrückt nach oben drücken und irgendwann machte das von alleine nicht gedrückt nicht loslassen ich habe nicht losgelassen jetzt nehmen wir noch tauschen ich habe ihn hoch und naja das rohe schonmal nicht jetzt werden sie aber komisch jetzt aber einfach nummer drei gibt kürbissuppe lauf kleine gerda lina Gerdalina? Gerdalina. Gerdalina. Mit dem großen Rock. Und da ihren schmalen Penkeln. Hier vorne kam da jetzt gleich irgendwas. Ja, da kam irgendwas so. Die Brücke, die Brücke. Musst ein Pfeff da stehen? Ja. Hallo Bauarbeiten da hinten. Gehen wir ihn auch nie fertig. Ja, die werden so fertig. Ich habe das Gefühl, ich baue irgend so ein Solarium. Keine Ahnung, was sie bauen. Ein Vier-Sterne-Hotel. Dann bauen die da an ihren Scheiß-Karten rum. Das ist wirklich eine Angelegenheit. Das geht mir gar nicht. Ne, da drehe ich wirklich am Rad. Oh, oh. Äh, ah, okay, das ist. Lass die mal tanzen. Da kriegst du mal am Rad, wenn die anfängt zu tanzen. Ich habe einen Vogel hier. Ich habe einen Vogel. Ich bin durch. Meine Güte, ich kann die da hinten nicht mal aufhören langsam. Wir haben Mittagsruhe. Mach dich weg. Nein, ich will da hoch. Was kann ich sagen? Was kann ich das denn gar nicht? Alles was man hat, diesmal werden wir wahre Zeug. Wenn man natürlich nicht mehr ankommt. Bis jetzt nicht mehr werden. Dann... Ah, nein. Der plauder hoch. So. Au. Ich habe noch ein bisschen was für die Statistik hier. Ja. 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 Die Kiste ist hoch. Sollte ich da einen schönen Stein zeigen? Wir haben es schon gesehen. So. Ah, wegen was. Ah, irgendwas hat sie nochmal mitgenommen. Ich glaube, weil sie... Ah, das nur um ihre eigene Macht zu demonstrieren. Irgendwas war gewesen. Deswegen mussten sie sterben. Ich glaube, der Einzige, der... Ja, ein Zauberung, glaube ich. Irgendwas war gewesen. Aber er wird trotzdem abgeholt. Ich vom Tod. Das ist nämlich der Tod. Der Fliege mit dem. Ja. Die sind quasi vom Tod geflüchtet. Genau. Und dann wurden sie auch so geschnappt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau warum. Aber in Buchen und Film wird es auf jeden Fall erklärt. So, jetzt sind wir von der... Gegenwart in der Realität. Ja, wir können ja auch nicht alles... Oh, diesmal machen wir es richtig. Diesmal. Jetzt lege ich mich gleich damit an. Und wenn es jetzt wieder... Dann flippe ich aber aus. So, lass mal das erstmal auf den Boden fallen. Ich gehe weg. Nimm den Zauber. Lass es hinfallen. Genau, einfach ganz einfach. Dann bleibt man daher an so einer blöden Stelle einfach... Ja, natürlich. Moment. Das ist dann wiederum eine Angelegenheit. Die kann ich voll nachvollziehen. Ja, natürlich. Immer eine kleine Unterbrechung. Standard. Äh, jetzt nimmt das mal was. Das wird sich da gearbeitet. Jetzt ist das... Ah, hier. Entschuldigung. Jetzt aber macht doch... Was war denn hier von... Ein blauen. 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 Blöste. Blöste, blöste. schlange spinne schlange spinne unglaublich ich habe es hier im karton jetzt kommen auch eine etage höher und du siehst so bekloppt aus der brille was jetzt unterbrechung mäßig hier alles vorbei jetzt rollt er keiner fühlt sich veranlagt du misst grüppel das scheiß dinger zu holen ich meine sich dich mit mir ist grüppel ich meine rarri und ron bei der twix das strange der vater was zur hölle was was zur hölle 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 was ist harrys schuld ich bin da gut man muss auch sein vater verstehen er vermisst seine tochter man muss den vater nicht sein vater man muss den vater verstehen den vater dürfen doch uns gewöhnen du kannst das johu du kannst es aber man merkt schmerzhaft dass ich nicht meine hausaufgaben gemacht habe hauptsache der schöner gefahr ist gebannt das handy setzt auch auf leute es tut mir leid was wir machen 80 stelle von 200 schön so und nach dem längeren part jetzt haben wir eigentlich dieses level geschlossen untertitelt im untertitel im hat im h Untertitelung des ZDF, 2020